In diesem Video geht es um die besten Wasserstaubsauger. Der Qualitätssieger in unserem Wasserstaubsaugertest geht an den Thomas 786.522. Saugen ohne Staubbeutel dank Aqua-Technologie Aufgesaugte Bakterien, Hausstaub, Pollen und Schmutz werden im Wasser gebunden und einfach mit dem Schmutzwasser entsorgt. Ohne Staubentwicklung beim Entleeren der Box Kein Nachkauf von Staubbeuteln notwendig. Dank der Aqua-Technologie können besonders Allergiker aufatmen. Aufgrund seiner beutellosen Aqua-Filter-Technologie und seiner Funktionalität wird der Thomas Aqua Anti-Allergie von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe e.V. empfohlen. Dank Bypass Power können selbst kleine Mengen von Flüssigkeiten mit dem saugstarken Thomas Allergikers Auge problemlos aufgenommen werden. Selbst unter niedrigen Möbelhöhen bis zu 9 cm ermöglicht der beutellose Staubsauger dank der Turnaround-Pakettdüse das Saugen. Besonders handlich und bodenschonend. Ein Höchstmaß an Funktionalität und Qualität steht im Vordergrund. Daher wurde der Allergiker Staubsauger von Thomas komplett am deutschen Standort in Neunkirchen-Siegerland erdacht, designt und gebaut. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Anika Bora 5000. Staubsauger mit Wasserfilter ideal für Allergiker und Haushalte mit Kindern und Haustieren. Die staubige Luft wird durch den Wasserfilter geleitet, in dessen Wasserstrudel nahezu alle Schmutzteilchen sicher gebunden werden. Genau wie in der Natur wird die Luft mit dem patentierten DWS-System gewaschen. Staub, Schmutz, Umweltgifte und Allergene werden sicher im Wasser gebunden und kann nicht mehr entweichen. Auch Allergiker und Asthmatiker können wieder aufatmen. Nur ca. 1,2 Liter Leitungswasser und ein speziell neu entwickeltes DWS-Filtersystem mit HEPA-Filter erledigen die Arbeit ohne Staubbeutel. Mit Anika Bora Wasserstaubsauger haben sie einen permanent starken Wasserstaubsauger ohne Saugverlust. Der Bora 4000 und Bora 5000 von Anika ist ein Produkt von höchster Qualität, einfachster Handhabung und Bedienung sowie hoher Saugleistung. Sehr sparsam durch maximal 1800 Watt Leistung. Der Bora 4000 und Bora 5000 von Anika saugt ohne Dampf und Nässe. Der Staubsauger mit Wasserfilter bedient sich der natürlichen Kraft und bindet den Staub im Wasser. Ein waschbarer HEPA-Filter der Klasse 13 verhindert zusätzlich, dass Staub und Gerüche entweichen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Wasserstaubsauger-Test ist der Black Plus Decker BXVC. Hohe Saugleistung, Vielseitigkeit, modernes und kompaktes Design sind die wesentlichen Eigenschaften der neuen Serie der BX Black Plus Decker Sauger. Die für die Ansaugung von Staub, grobem Schmutz und Flüssigkeiten ausgelegten Geräte eignen sich hervorragend für die Reinigung zahlreicher Innen- und Außenflächen am Haus. In Innenbereichen garantieren sie Höchstleistungen bei der Reinigung von Fußböden, Teppichen, Sofas und Sesseln. In Außenbereichen sind sie eine unverzichtbare Hilfe zur Pflege des Gartens und zur Reinigung von PKW und Garagen. Dank der Blasfunktion stellt beispielsweise die Entfernung von Schmutz oder Laub auf unregelmäßigen Flächen wie Gartenwegen mit Kiesbett kein Problem mehr dar und kann in kürzester Zeit ausgeführt werden. BXVC ist einer der kompaktesten Nasssauger der Serie, er verfügt über einen 20 Liter Sammelbehälter aus robustem und widerstandsfähigem Kunststoff. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.